cool nikki dieses nikki wird sich nicht durchsetzt mann ihr wisst selber mann damit triggert ihr mich zwar ein bisschen wenn so ein kleiner mann zu mir kommt und sagt na nikki ihr müsst euch vorstellen ich bin ich bin ich bin beim training und nach dem training laufe ich raus und sagt einer willi er sagt kannst mein team bewerten ich so ne grad nicht dann antwortet mir die willi du bist so ein kleiner knecht ich gucke ihn an ich frag mich was hat er gesagt er sagt zu mir ich bin ein kleiner knecht ich frage ihn als nächstes wie alt bist du eigentlich der typ war zwölf der typ war zwölf und beleidigt mich als knecht ich hab gedacht was passiert hier hilfe hilfe vom zwölfjährigen lasse ich mir sagen dass ich ein knecht bin ich hätte ihn am liebsten einfach die beine weg gehauen ich meine das so krank wäre so